Ja, Leute, wie die meisten wissen, spare ich immer noch auf meinen Content Creator bei Epic Games. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen cringe angehört, aber... Boah, okay. Ich weiß auch, ich schlade aktuell nicht so viel Content, wo das sind einfach Sommerferien. Ich habe aktuell nicht so viel Zeit, weil ich meistens meine Ferien... Gerade bin ich zwar noch bei mir zu Hause. Und ihr wisst ja auch, ich habe meine Xbox bekommen und ich versuche darüber die ganze Zeit dafür zu streamen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und wenn ich das auf meinem PC mache, dann... Junge, der PC stürzt direkt ab. Aber okay, ich sage dazu mal nichts. Weiterhin auf jeden Fall, wie soll ich denn? Kurz, wenn du 360 Abonnenten wäre, ich wäre, wenn ihr die voll machen würdet. Nochmal Grüße gehen raus an die 358 Abonnenten, die wir bis jetzt haben. 200 Abonnenten wäre ich, wenn ihr die voll machen würdet. Und ja, wahrscheinlich werde ich... Also, schreibt mir unten in die Kommentare, wie ich mit der Xbox Videos aufnehmen kann, weil man kann ja normalerweise nur vier Minuten Videos mit der Xbox aufnehmen und dann muss man das auch noch zusammenschneiden und sowas. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Wäre mal echt nett, wenn ihr da ein bisschen nachgucken würdet. Aber wenn ihr seht, das Video ist geschnitten. Und ja, was ich jetzt auch nochmal kurz dazu sagen muss. Und ich habe mir überlegt, hier ist immer eine kleine Einblendungsliste, welchen Creator Code ich jetzt nochmal genau nehmen werde. Entweder Wild L-O-N, Konsole B, also ja, Perfekter Creator Code Name. Ja, oder ich nehme dann einfach halt... Wie soll ich eigentlich nochmal? Ich werde gerade nicht mal an. Aber okay, ich würde sagen, wünsche ich euch noch einen schönen... Ich wünsche euch noch einen schönen Sommerferientag. Und bis dann, Leute. Tschaui, tschaui und hau...